Ist die jetzt rein? Nein? Was? Na, was ist denn das? Geh halt rein, wenn ich dieses scheiß Tor schon hochfahre. Ist das jetzt so schwierig, oder was? Da bleibt der K. Ich kann den auch alleine töten, ich brauch dich eigentlich nicht. Du bist eh bloß Wanddekoration. Da liegt irgendwas. Ja, ich. Hä? Hier. Überlege gerade, ob ich diese Kiste brauche. Um das da irgendwie so reinzuklemmen oder so ein Schmarrn. Ob das die Lösung ist, ich weiß ja nicht. Nee. Warum macht die denn nicht so eine Hechtrolle rein? Das hat 100% was mit dem Schmarrn hier zu tun, oder? Irgendwie den Schmarrn da so rein. Nee. Nicht die Lösung. Nein. Hager mal! Find this. Oh ja. Mann, jetzt nervt mich halt nicht. Was ist denn das jetzt hier? Mann, das? Da ist was. Das ist ja nervig. Mann, nicht den angreifen, den da angreifen. Alter, was ist denn... Verlangsamen und dann innerhalb von einer Millisekunde dieses Ding da treffen, oder? Was ist dein Problem gerade? Komm, das ist doch scheiße, Digga. Da hat doch gar keiner Bock drauf. Ach, das war der falsche Zauber, oder? Da muss dann Akio oder irgendein Scheiß. Ich weiß gar nicht, wo ich Akio liegen habe. Geht der schon mal los? Mann, was ist das? Anna, was muss ich denn da machen? Was ist denn eine Scheiße? Kann nur so gehen. Kann nur so gehen. Okay, er hat es auf jeden Fall gearchäut. Also wenn er auch nicht dauernd auf dieses Scheißding zugehen würde, dann wäre das einfacher. Aber dieser Schritt, den er da immer macht. Kackpenner, ey. Ja, na sicher. Mach! Hurensohn! Oh, ist das nervig, Alter. Bullshit-Spiel. So ein Schwachsinn. Kann die Fotze da unten nicht einfach durch das Tor durchgehen? Mein Gott, nochmal. Das ist was für ein unnötiger Scheiß. Boah, da visiert der wieder die Scheißkiste an. Geh mal weg jetzt da. Arresto-Romento. Mann! Was ist das für eine Rotze, Alter? Oh, ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Was für ein unnötiger Aufwand für so ein Bullshit. So ein Scheiß-Tor aufmachen, Mann. Das ist so unnötig, diese Rotze, die man hier machen muss. Ja, genau. Akio, immer auf den Scheiß. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ist das ein... Das ist doch nur für ein Motherfucker, dieses Spiel, ey. Kotzt mich sowas an. Ja, und nichts mit Rätseln zu tun. Das ist einfach nur bullshittiges Gameplay. Weil er nicht in der Lage ist, den Schwachsinn da anzuvisieren. Dreckblöder. Ja, und dann hört er wieder auf. Mann, ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann mal einer schreiben? Gibt's ja nicht. Nervt mich der Fuck. Mann! Oh, ist das ein Scheißdreck, Alter. Oh, das Spiel, ey. Das macht an solchen Stellen null Spaß. Das ist so ein Schwachsinn-Gameplay. Boah, ey. Was ein Rotz. Ja, jetzt gar nichts, Mann. Ja, jetzt gar nichts, Mann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich höre jetzt einfach auf. Nervt mich schon wieder, der Scheiß, ey. Wo sind denn jetzt die Leute, die mal helfen wollen? Wieder keiner da. Kackspiel, ey. Was muss ich denn machen mit diesem Schloss? Kotz mich das an, ey. Nein, er schießt halt immer auf den Rotz da. Fuck you, Mann. Oh, kotzt mich der Typ an. Der ist so dumm einfach. Das ist so dumm einfach. Danke Igien. Hallo. Danke, Frau. Heute. entialher Agra Dank, Frau. Ich weiß nicht, Frau. Ladies. Glatius Alles Okay Aber was muss ich An dem Tor AQ dann, oder? Das ist schon richtig, was ich da mach Glatius Na? Na? Jetzt hab ich es fast Hab ich wieder ver... Weil der immer diesen Schritt nach vorne macht Das ist so dumm gemacht einfach Kann der nicht auf dem Fleck stehen bleiben Das ist so dumm Genau wegen dem Schmarrn, Alter Das ist so ein dummes Gameplay Wie blödsinnig das gemacht ist Dass der diesen Schritt vorgeht Das ist so dumm Gott, ey Falscher Knopf Demotiviert einen So unfassbar Und dann auf einmal geht's wieder weiter Fuck off, Alter Oh, ist das nervig Ja, aber ich stehe ja genau davor Und dann schießt er aber das AQ in diesen blöden Holzfack da rein Oh, ist das echt Zweimal Repulso, das kann helfen Ich reg mich auch echt ungern auf Aber das ist für mich auch kein Rätsel Das ist einfach nur Gameplay-Bullshit Der so unnötig ist Für so ein Scheiß-Tor Und die blöde Fotz da unten Die steht da Und glotzt Anstatt dass sie einfach mal mithilft Das ist so bescheuert Niemand würde das in der Realität so machen Ah ja, okay Dankeschön, Wilhelm Das war diese eine Sache Die ich wissen musste Ja, halt's Maul Ich mag ich nicht Dankeschön Das Spiel ist manchmal An manchen Stellen ist das Spiel So gut So unfassbar gut Und dann an sowas An so einer Kleinigkeit Ey, da schmeißt du den Controller gegen die Wand Das ist ja kein Rätsel in meinen Augen Das ist einfach nur Blödsinn Anstatt dass er irgendwann aber auch mal sagt Hm, vielleicht könnte es ja mit zweimal funktionieren Oder so Weißt du Aber da gehst du so Rage irgendwann Ah, Dankeschön Ich mag dich nicht Du bist unnütz, Natty Alles gut, Meister Olli Ich hab's hinbekommen Niemand denkt doch dran Zweimal das Depulso zu zaubern Weil das doch nicht natürlich ist Oh, was ist hier los? Oh Lass den Das ist mein Freund Na sicher Ich bin bester Freund von allen Tieren auf der Welt Aber sie kann doch gar nichts Sie kann ja nicht mal ein Tor hochzaubern Weißt du, ich könnte das Mit, äh Livingardium Leviosa Ja, natürlich Verdammt Ah, Leute Wieso? Ja, natürlich Genauso wie ich über die Mauer grabbeln muss Um's Tor zu öffnen Weißt du? Ah, das ist doch Also irgendwie Wenn du dann schon merkst Das ist einfach gezwungene Absicht Dass sie dich das machen lassen Das ist schon ein bisschen gemein Geh hoch, komm Schnuckelchen Hei, hei, hei Halt, hab ich hier irgendwas verpasst Warum kann ich dich bewegen? Ja, ja Wingardium Leviosiere dich irgendwo anders hin Irgendwie komme ich da rein Wetten Ich hab mal gehört Man kann Feuer ausmachen Tatsächlich Irgendwie riecht's hier voll nach Alkohol Bin ich auf Entzug? Aha Muss Ich die Kiste Depulsieren Damit die da Ich hab letzte Nacht geträumt Dass ich mit einer meiner jugendlieben Sex hab Das war toll Hat man gern sowas Ich vergiss grad schon die ganze Zeit Wo auch meine Zauber liegen Komm mir überhaupt nicht mehr straight Komm schneller Komm Nicht gerade der sicherste Ort Doch, doch Alles TÜV Alles TÜV geprüft hier Der ist ja ein Idiot Petrificus Totalus Petrificus Totalus Okay Muss vermutlich da hoch Aber ich will erstmal da rein Da ist warm Sammeln Und da liegt Gold Ich klau euch Gold Ah Ich bin eigentlich Dieb Ich hasse euch Ihr Schwarzmagier Aber ich Eigentlich würde ich mich denen ja anschließen Wenn ich ehrlich bin Lass mich da hin In der Realität würde ich mich denen anschließen Wäre der stärkste Schwarzmagier der Welt Um sie dann von innen zu infiltrieren Das wär mein Plan Einen wildere Duellantin Bei der Wirkung von Reducto Zerteilen Mit 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 Ich wusste Achso Mit dem hier Die Findo ist Zerteilen Glaube ich Oder Eine wildere Duellantin Bei der Wirkung von Reducto Was ist denn eine verfickte Wildere Duellantin Mann Bist du eine wildere Duellantin Ahja Und jetzt muss ich warten Bis die den Zauber da macht Oder was Aua das war dumm Ah Mann Geh mal weg jetzt da Jetzt hab ich die gekillt Dummes Spiel Ah Dieses Spiel Mit der Steuerung Anvisieren hin oder her Es bringt halt nix Da bist du unten Mann Dies bringt halt nix Wenn er dann Ständig Erst Glatius Und dann die Findo Ich überlege Ob ich das nicht Auch mal wechsel Vielleicht ist das Gar nicht so cool Äh Vielleicht ist das Cooler Und mach dafür Hier dann Jetzt hab ich auch mal gehört Dass das cool sein soll Aber ob das jetzt damit Diese Duellanten Fähigkeit Gemeint war Das weiß ich jetzt nicht Kann ich Also an manchen Stellen Ist das Spiel Wirklich anstrengend Oder ich bin einfach zu blöd dafür Das kann natürlich auch sein Das ist halt die wahrscheinlichste Variante Na die hat wahrscheinlich gar nix zu tun Die steht irgendwo rum Und wartet wieder Dass ich Türen öffne So Beklaue ich erstmal Einfach weil ich es kann Und weil ich es irgendwo verdient hab Nach all dem Aufwand hier So Erstmal 200 Gold eingesackt Ist geil Kann ich mir wieder einen Trank kaufen Fett Ist hier noch irgendwas Da unten Meinst du Okay krass Das macht wirklich Schaden Ja Hallo Ups Die fliegen immer weg Glatius und Ding war echt cool Muss ich zugeben Ist ne geile Kombo Mache einfach mal fast 1000 Schaden Ha 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 Der Mensch Hallo Romora Hallo Das nervt mich auch Also da hätten sie ja mal sagen können Okay nach dem zehnten Mal Muss man dieses Minispiel hier nicht mehr machen Weißt du Völliger Bullshit Das wären so Kleinigkeiten Die ich solchen Entwicklern Mitteilen würde Um zu sagen Leute so kann man ein Spiel Noch besser machen Er speichert Da ist ein Sack Gib mir da einen Sack Ich befreie dich Hypo greif Bolo Bolo Da liegt Gold in der Zelle Drinnen Das ist aber Merkwürdig Okay Da muss ich Bum bum Schakalaka machen Da muss ich auch hin Oder Ne das ist nur eine Schatztruhe Die da Ah Nice Ich habe entdeckt Geheimnis Tor Vom Tor liegt auch noch irgendwas zum sammeln Das darf ich nicht vergessen Die liebe Astrid Was bist du Du bist schlechter als das was ich trage Ich glaube ich habe das sogar schon geskillt Glaube ich War hier glaube ich Gerni Glatius tatsächlich Da werden Splitter ausgestoßen Gut das benutze ich eh nicht Das kann ich noch nicht Bombarder kann ich auch nicht Weil ich Bombarder richtig cool finde Ich habe drei Punkte zur Verfügung Jetzt sehe ich das erst Aha Boah krass Wäre ich voll unbesiegbar Wenn ich das habe Mit Ah warte Kedavra Kurva Lali Lu Ich habe Mehr als nur Sandalen Als Schuh Da Ich rette dich Wolkenschwinge Küsse mich Dein brauner Bruder Den nehmen wir auch mit Wie ist die denn da jetzt hingekommen Blöde Kuh Natürlich kriegt die Schwarze Den Schwarzen Rassismus Alter Rassismus Ist jetzt mein erstes Reittier Oder Du willst mich spoilern Das möchte ich nicht Interessant Dass du überhaupt mal wieder da bist Ein paar Leute sind Nur noch sehr selten da Ihr habt alle viel zu viel Privatzeug zu tun Seid mal wieder mehr Nerdig Oh Ich soll fliegen Ich bin hier voll beschäftigt Mann When I feel happy metal Digga Ich bin hier Abgelenkt Wieso fliegt der denn nach unten Fliegt nach oben Meister Olli Mich gibt es auch auf YouTube Wäre cool Vielleicht hast du mal Wenn du mal Zeit hast Lass einfach ein paar Videos laufen Ich würde mich sehr freuen Du musst sie gar nicht aktiv gucken Einfach laufen lassen Das ist sehr guter Support Ohne dass man Geld In mich investieren muss Würde mich sehr sehr freuen Falls du noch da bist Maestro Wie ist der Ollivander Hat einen dicken Zander Kann sein dass Wolkenschlinge ein bisschen Wolkenschlinge Schlinger Ja ich hab schon angefangen mit Sebastian zu reden Was das angeht Was Crucio angeht Er sagt er meldet sich bei mir Der erste den man bekommt Ist dann wohl Grucioarus Wo ist denn das Schloss überhaupt Ich seh's ja gar nicht Ich finde nicht dass die Nati verdient hat Auf diesem Tier zu reiten Ver réussi esus Vertraue Ja Vertraue Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Number two, do you want to do it? Number two, do you want to do it? Number three, believe when I say... Number four, I want it that way... Tell me why ain't nothing but a heartache... Tell me why... Ain't nothing but a mistake... It's number five... I never wanna hear you say... I want it that way... Oh, Gänsehaut, totale Gänsehaut. Es war Nummer five. Oh, man, das hatte ich ja vollkommen vergessen. Warte mal, Hogsmeade? Hier soll eine Mission sein. Ah, hier. Okay. Und schon gibt es wieder Nebenmissionen. Das ist schon krass in dem Spiel, wie viele Nebenmissionen es einfach gibt. Und ich mach sie alle. Bei Obi, wir machen den Weg frei. Da seht ihr mal, wie mein Gehirn als Kind von Werbung durchdrängt wurde. Oh, Mann. Einfach völlig irre. Hier fehlen mir noch ein paar Seiten. Mich würde mal interessieren, wo die sind. Da ist was drin. Möchte mir jemand in der Nacht einen runterzaubern? La 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 la. Was machen die eigentlich bei Gemeinschaftsträumen? Wie wichsen die eigentlich? Ich meine, die haben überhaupt keine Privatsphäre, weißt du? Lauter so Fragen. Ich meine, das sind ja Jugendliche. Die wollen ja Bomben, wichsen, nackte Menschen sehen. Das ist ganz komisch. Das ist überhaupt kein Sexualleben in Hogenwarz. Puff gibt es ja anscheinend auch nicht, oder? Prostitute, Zauberinnen und sowas. Alles ein bisschen. Hier macht's Ding. Hier hat's Ding gemacht. Habt ihr das jetzt genau gehört? Hier, stimmt da drin. Wo ist Ding? Hier ist überhaupt kein Ding. Hier, oder was? Sag mal, ich hör's doch! Bist du blöd? Bin ich blöd? Hä? Ist das lustig? Ich höre es! Es muss doch irgendwo genau vor mir sein! Oh, Licht! Ein Vertraue, oder? Du könntest du gar nicht drauf! Hä? Du sollst dich zurück, Freunde! Äh... Samma! Ist das hier drin? Reveen! 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 Reveen!